Herzlich Willkommen meine lieben Freunde, was geht es wieder für euch, euer ReinscheißLazy mit dem, ich hatte recht, Schikaken und wir sind zurück in Minecraft Sky Block. Jawohl, so, äh, ich drück, äh, äh, so, jetzt, okay, heute, äh, ich hab keine Ahnung, was ich tun werde, soll, machen, vielleicht guck ich mal, ob ich mir vielleicht irgendwie mit dem Baumhaus weiterhelfen kann, der Schiki, der macht seinen Dungeon weiter, ich hab mal hier die Brücke auch unten, ähm, zu der, zu der Dark Oak Wood, hab ich mal gemacht, die Brücke, ähm, ich bin am überlegen, ob ich noch eine weitere Brücke, Arzen Intels bauen lassen sollen. Kann so gleich sein, aber, ich hab ein bisschen Gesprächsstoff. Du hast Gesprächsstoff, das ist ja nicht, ich hielt Gesprächsstoff, ja. Alles klar, äh, äh, wir können mal runter von der Insel. Ich habe, ja, diejenheiten ausgesucht, darüber wir reden können. ich hab dir auch schon gesagt so in die Richtung drin sein kann und jetzt wenn sie die Titel vorlesen okay alles klar dann sind wir mal bereit warte mal wo hast du das Kuhfleisch ich packe es einfach in die Indie in die Kiste rein wo auch das Hündchen drin ist ja weil ich hab nichts okay sorry kannst du bis jetzt bereit ja ich bin ready wir werden über das Thema drogen sie ist wir sind wir bewegen uns auf selten Eis das mag wohl sein aber wir müssen einfach realisieren dass du ein Problem hast und mit diesem Problem werden wir umgehen schicken das kriegen wir alles aber das ist etwas Gutes oh okay ich lese den Titel vor mit den Drohnen mhm deutscher Auswanderer kämpft gegen kämpft mit Joints gegen Müll was ja okay also der gibt allen ein Joint für jenen der einen kompletten Mülleimer bringt in Jamaica okay ja wie baut man nochmal Bücher alter jedenfalls hat er gesagt sag mir mal das Rezept von den Büchern das ist ah okay sorry hab's 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 alles gut hab's tschuldigung dann kommen wir wieder zurück zu der Joint Sache ja und zwar hat er gesagt dass äh der lebt halt in Jamaica und er findet es halt schade dass die Strände da komplett übermüllt werden und das hat so gesagt so boy gib mir Müll und ich geb dir einen Joint okay was ja aber eigentlich so an sich also er will den Müll vermeiden und gibt halt den Leuten was zu rauchen dafür quasi ja jo äh Joints sind nach meinem Wissen eigentlich in Jamaica sogar erlaubt die Bündnis könnte aber auch schon gut aber nur mit Prozent Prozent bestimmt sein ehrlich ich weiß nicht aber es kann gut sein doch es liegt bei sieben 50 Gramm was nicht viel das ist ja auch schon alles nur ein ja was was sagt sie das ich bin komplett sprachlos also der kämpft gerade gegen den Klima mit Drohung gegen das Klima kämpft ah ja ja gegen den Klimawandel vielleicht oder gegen den Klimawandel ja sorry und gegen der Umweltverschmutzung ich find's mies dass der mit Drogen gegen das Klima kämpft das ist echt heftig und gegen die Umweltverschmutzung ja das muss man natürlich sagen an der Stelle heftig das ist so eine Idee so Bruder Why und wie bist du also ich kann also ich kann ich kann den Hurricane Bogen jetzt tatsächlich auf Level 44 kann ich den jetzt enchanten und da ist Infinite Infinite Cure ist er auf Level 4 aber das wird wahrscheinlich nicht gut sein du sagst ihm Marcel bring mal ein bisschen Gesprächsstoff und das sprichst du nicht mit ja Power 5 ja warte mal lass uns doch mal über den Hurricane Bogen kurz sprechen Power 5 oder würdest du lieber den Infinite Cure nehmen oder den Power 5 das funktioniert so nicht warum nicht das geht nur bis zur zweiten Reihe ja gut aber ich kann hier 44 kann ich entscheiden ich kann aber Level 44 enchanten Bro Punch 2 nee das ist zu schlecht Power 5 Power 5 Power 5 Power macht doch mehr Schaden nicht wahr ja glaube ich das Server ist gerade richtig hart am Lägen ja Gott sei Dank bin ich gerade im Verzauberungsmee in Power 5 was gibt es denn da noch so ja du warst schon mit dem Server nicht Snipe 2 Snipe 3 also ja ne ich möchte ich jetzt natürlich auch nicht disrespecken also ich finde das auf jeden Fall richtig cool okay die Sache an sich das mit Drogen zu lösen na gut ja ist halt so das eine die eine Sache aber dass ihr damit quasi gegen Umweltverschmutzung kämpft finde ich schon gut und das ist eigentlich auch recht clever weil wenn die da alle einen Joint wollen Alter müssen sie halt den Müll bringen ja und wenn sie den Müll dann nicht wegschmeißen den bringen ist eigentlich schon da hat es in den egalen Rahmen Prozent Cannabis soll ja auch die die Krankenhäuser die ich aber vergessen habe was nicht Krebs das war ADHS auch okay das wird jetzt erzählen nee Autismus ich guck lieber schnell nach bevor ich irgendwelche Sachen reinwerfe ja alles klar Impaling gegen Tourette gegen Tourette hilft das gegen Tourette hilft das das war's cool und da würde mich tatsächlich interessieren es gibt ja den YouTube-Kanal Gewitter im Kopf aha das ist ja das sind zwei YouTuber und einer hat halt so dieses äh typische Tourette die kenne ich tatsächlich nicht ach okay ja aber nicht PewDiePie das würde mich wirklich interessieren wie es halt so mit Cannabis aussehen wird weil ich hab mir ich verfolge den nicht lange aber ich hab nie gehört dass er was versucht hat mit Cannabis in Berlin glaube es ist doch schon legalisiert oder ich wurde da fragst mich viel zu viel ich hatte kann auch sein dass ich ein bisschen zu lange im amerikanischen Raum bin okay eigentlich sollte bin ich ziemlich sicher dass äh per Beschreibung vom Apotheker oder vom Arzt Cannabis zu sich genommen werden kann okay jetzt pass mal auf ähm helf hier mal schnell ich hab jetzt hier Power 5 und Flame 1 drauf jetzt kann ich ihn ja noch einmal in den in den äh Amboss legen ja Versauberung hier und Stats beim Blacksmith ach die sind andere Sachen du kannst beides machen ja also dann geh ich jetzt mal zum Blacksmith ja ich würde es so lange versuchen bis du Rapid bekommst auf dem Bohr mit der Verzauberung oder beim Blacksmith beim Blacksmith naja ist klar dann guck ich mal wie viel das bei dem wie viel kostet das bei dem ähm das macht äh Rapid macht einfach generell mehr Bohrungsschaden und du kannst es schneller machen ja gut aber pass auf wenn ich jetzt Reforge Item mach ich kann ja jetzt gar nicht gucken was der drauf kriegt ja natürlich das ist Zufall ja fuck alter okay weil ich hab jetzt Power 5 drauf verzaubert die Verzauberung wird nicht verschwinden ja ja das weiß ich das weiß ich das weiß ich aber jetzt dieser Bonus der ist jetzt halt zufällig ja mh also Rapid wär geil Rapid wär richtig geil ja scheiße aber ich habe jetzt nur den Einversuch nie war was auch schon auf der Bank noch Geld ja natürlich ja 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 dann wollt ihr doch auch einfach ja gut oder Verkauf was 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 wir nicht brauchen ok ah ok pass auf ich kann gar nicht ich kann bei diesem specific amount kann ich gar nichts mehr eintragen das ist irgendwie buggy grad oder warum warte mal ich brauch 2100 2.500 und 500 hab ich hab ich hab ich 2,5 hab ich das ist ein Unterschied nein nein ich wollte das abheben aber ich konnte die Zahl nicht reinschreiben das ist halt buggy aber man kann sie reinschreiben man sieht sie nur nicht hab ich jedoch am aber ich hab sie immer gesehen ich hab sie immer gesehen bisher sieht man den auch ja nur wenn du Schilder rauf selber reinpackst ach ok es ist das habe ich dir aber auch gesagt ok ähm Reforge Item ja dann drücke ich jetzt drauf ja ja was hast du bekommen ähm ähm Tritt Chance Tritt Damage Intelligenz und das war's Loll Intelligenz Minus 32 war's warum äh der Bogen dir wahrscheinlich Minus Intelligenz gibt ja gibt er äh ok ok okay aber 7% Grid 7% äh den Grid Damage da noch hm weiß nicht keine Ahnung ähm wir haben Item Abilities Tempest das ist klar bei 250 volles Potential wir haben Power 5 heißt Damage auch noch mal 40% und ich hab Flame 1 drauf aber das hatte ich von Haus aus drauf Flame 1 also das heißt wohl mit äh Rapid wird's nix denke ich zumindest jetzt aber ich finde die zweieinhalbtausend war's jetzt nicht unbedingt wert du bist bei mir sehr hart am Lägen die zweieinhalbtausend war's nicht unbedingt wert würde ich jetzt sagen ich würde es tatsächlich noch was versuchen und als breit noch mal zweieinhalbtausend ja alright um Bank gibt es darüber m anscheinsten ein ich wollte gerade zur müssen sie gehen okay es funktioniert heiser wird was von gearbeitet oder das heißt die die marschule ja schon nicht unsere ja das meine ich ja er wird daran jetzt was gearbeitet oder das weiß ich nicht es hat einfach überhaupt nichts verändert wirklich nicht es hat überhaupt nichts verändert wieder zweieinhalb tausend weggeschossen und es hat nichts verändert scheiße wirklich und du darfst es auch nicht so lassen ja gut ich hab halt jetzt 380 mal anstatt 115 aber juckt mich mal da jetzt so jetzt echt nochmal zweieinhalbtausend abheben und die da reinballern nochmal es funktioniert anscheinend bei manchen okay jedoch nicht okay dann habe ich jetzt wenn ich jetzt noch mal das macht und ändert sich nichts dann lasse ich save aber dann sind halt siebeneinhalbtausend coins verschossen ich drücke nochmal ja jetzt bin ich irgendwie da mit der verschwunden inseln ah okay pass auf jetzt ist crit chance von 7 auf 3 runter ich habe strength also stärke habe ich plus 7 bekommen die crit chance an sich ist um 3 hoch der damage ist um 7 hoch und der crit damage ist um 3 hoch und jetzt ist halt intelligenz nicht minus das ist gut es ist natürlich besser der besser ja natürlich besser als Minus 2 und 3 in der Linie zu schon und zwar und einiges es ist ja richtig kakao warum habe ich jetzt die aufwachen warum holst du jetzt kakao ich sage mir es kann Procke Für wenn ich fragen darf ? dann muss man ein Portal für die Wüsteninseln haben ach Portal-Mashroom Island Recipe du hast es ja ein Portalап ja das sind ja 500 was du aber brauchst ich hab ja gesagt dass ein bisschen für die Endinsel sammelt die Deepmines äh ähm das ist schon die Nether-Insel mhm Marshall Desert ETC mhm Trotz Zeug wegsortieren Der Stuhl Dein Stuhl ist einfach Legende, Alter, jetzt schon Dein Stuhl Dein Stuhl ist komplett Legende Shigi, ehrlich Ach, lauf doch Irgendwo Papier? Ähm, im Lagerhaus ist halt jetzt Sugarcane Papier ist so an sich keins mehr da Musst halt machen Ich würd immer noch den Baum überarbeiten Ja, das mach ich dann off-screen Das ist jetzt was, das muss jetzt nicht unbedingt noch sein Und warum nicht on-screen? Keine Ahnung Weil ich gar nicht richtig ne Ahnung hab, wie ich das machen will Und wenn ich's dann mach und es gefällt mir nicht, dann muss ich's immer wieder abrupfen Und ich glaub das Was? Richtig viel Content, Mann Was? Bruder, dann kommt richtig viel Content durch deine Finger durch, Bruder Kannst du nicht lassen, Bruder He Ähm, ich hab hier ein minimales Problem Also ich werd hier oben Save das Haus drauf bauen Weil die Blätter, die spawnen wirklich nach Ich muss diese Spawnplätze, die Blätter, muss ich zubauen Hab ich schon das Gefühl Was ist hier überhaupt zu? Ja, es gibt hier Content, wo mir durch die Finger geht So hast du's gesagt Ich hab was Paarvollen zuvor, was du mit Blättern gesagt Jaha, aber ich dachte eigentlich, dass sie nicht so nervig nachspornen Bist du halt Ähm Hättest du mich zuerst ne Dunkeleise Insel machen müssen Ja, dann spawn das nicht nach Das ist mir schon klar Okay, aber du wolltest mir als noch kurz auf Teaser-mäßig deinen ersten Dungeon-Raum zeigen, oder? Das wolltest du doch noch machen, oder? Ja, kann ich gucken gehen, oder will ich es zeigen? Du kannst Das ist gucken gehen Das ist nur ein Raum Wow Wie? Okay, hier läuft ein Skelettron Ähm Baller ich komplett aus dem Leben Und das ist jetzt zumbig Krass Das ist noch in der Arbeit Ja, kein Problem Ja, was die cool aus, Alter Das ist jetzt zumbig Fett Kommt tatsächlich auch weit Das bist du Das ist jetzt zumbigig Wow Da kommt man auch rein Krass Krass, wie cool Alter, wie cool das ist Wirklich cool Ja genau, wir dürfen auch noch anteasern Weil jetzt sind wir am Ende der Folge dann gleich Wir dürfen auch anteasern Also es wird natürlich Skyblock werden wir fertig Also was heißt fertig spielen Aber wir werden auf jeden Fall safe weiterspielen Wir werden das MMO anfangen Wie heißt das nochmal genau? Werden wir sagen, wir sind die erste Folge draußen Okay Auf jeden Fall, das werden wir safe anfangen Und Sobald der Shigi bereit ist, werden wir vom Shigi selber eine Adventure Map spielen Oder ich werde spielen, wenn der Shigi nicht mitmachen möchte Echt? Scheiße Weil der Shigi Leute, da müssen wir jetzt gerade mal ehrlich sein Ihr habt leider nicht das gesehen, was ich schon sehen durfte Und das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gefallen Was der Shigi der Anwälte erstellt hat Also Da wirklich ganz großen Respekt Also richtig heftig Auf meinem Kanal wird es Tutorial geben Das sind wir alle gespannt Was man bauen kann Und so Und so Na, auf jeden Fall mal selbst gespannt, aber ohne Spaß Weil davon abschneiden So Nochmal geht's So Nochmal geht's Nochmal gehen wir auch auf Folge Ich brauche aber tatsächlich ein bisschen Birkenholz Gleich fürs Haus Nur ich bin halt echt überhaupt nicht gut im Im Simple Häuser bauen Also jetzt so Lagerhalle In Gottes Willen Die ist jetzt nicht perfekt Und auch nicht super Aber sie ist halt zweckmäßig Aber Jetzt so So ein schönes Häuschen oder so bauen Bruder, puh, da muss ich ganz dringend los Also puh So ist ein Tutorial hoch dann Gutes Hausbau Ja, macht das Und ich schaue es mir definitiv an Und zwar ist das gleichs Und zwar ist das gleichs Und zwar ist das gleichs Und zwar ist das Alles was ich sage Nein Hahahaha Oh mein Gott Und zwar Ja und zwar alles legitim Alles legitim Alles legitim Ja, geht schon Oh Gott Ich werde doch das Video liken Aber nur wenn es mir das fällt Ich hab hier echt gar keinen Plan Ja gut, dann Gehen wir raus Wir entscheiden noch ob wir die Häuser offscreen bauen oder onscreen Das ist ein bisschen weil es safe noch nicht Ich lege hier einfach mal nur grad mal ganz grob die Die Grund Den Grundstein, wenn man so Oh, ich werde zack Den Grundstein, wenn man so möchte Mir gefällt einfach egal was für ein Texture Pack Irgendwie gefällt mir Birke einfach am besten Das ist einfach ein schön helles Holz Das ist einfach super Der ist halt super, gell, Karle Das ist Birkenholz Ja, und das finde ich super Birkenholz ist generell hell Ja, und das finde ich halt super Versteht dich das? Bei allen Texturen Packs, Patheten Ich hab Ist das super Das Ähm Ist das Das Hell Ich besitze das Jo Das ist so legit, alter So, boom, boom, boom Da rein Zack So, Grundplatte wär mal gelegt Bei den Freundinnen Dann Verabschieden wir uns mal von dieser Aufnahme Session Ähm Ja, wir haben wieder richtig gut Progress gemacht Wir haben richtig fett was verschissen Wir haben's aber wieder hinbekommen Und Du hast was verschissen Bitte? Du hast Wir sind Wir sind Ja, ich weiß aber Wir sind ein Team Und Team halt immer zusammen, weißt du? Und genau Schicke, ich danke dir wie immer mal für's aufnehmen Es ist immer wieder geil und witzig Und es ist immer eine schöne Zeit Ähm, ich Krieg mit der inventierten Stelle Hier Einstellung grad Vollvogel Aber egal Ähm, es geht da hoch So, perfekt Meine lieben Freundinnen Dann Möchte ich mich auch Ähm, an euch richten Vielen lieben Dank für's Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft Skyblog Macht's gut, haut rein Und bis dann Tschung Komplett sprachlos Möchte Möchte